Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo und ganz am Ende des Videos gibt es noch ein paar kleine Infos, jetzt erstmal zum wichtigsten Thema, zum Hauptthema dieses Videos. Und zwar sitze ich derzeit wieder an einer neuen Top Ten von Pokémon. Da gab es ja schon Top Ten Kanto, die ich rückwirkend betrachtet nicht mehr so gut finde und die doch sehr zufriedenstellende Pokémon Top Ten aus Joto, also aus der ersten und zweiten Generation. Logischerweise kommt jetzt die dritte Generation dran und jetzt ist euer Job, mir mal eure Top Ten aus der dritten Generation in die Kommentare zu schreiben. Das heißt, eure 10 Plätze von den Pokémon, die ihr am liebsten mögt, beginnend bei der Nummer 252 Gekabor bis hin zu 386 müsste es glaube ich sein, was dann Deoxys oder Hirashi oder so ist. Also in diesem Rahmen sucht euch da gerne mal 10 Pokémon aus und schreibt dann in die Kommentare 10. Platz der und der, 9. Platz der und der, 8. Platz der und der, 7. Platz der und der, wenn ihr Bock drauf habt. Und dann werde ich es ebenfalls wie bei der Joto Top Ten Liste eben so machen, dass ich dann auch nochmal am Ende dieses Videos eure Top Ten vorstelle. Also dann gibt es eben für den 10. Platz 1 Punkt, für den 9. Platz 2 Punkte, für den 1. Platz eben 10 Punkte und das wird dann zusammengezählt und wer dann eben am meisten Punkte hat, gewinnt dann eben in eurer Top Ten. Das finde ich immer ganz interessant, um zu sehen, wer ist denn bei euch so am gefragtesten und das zu vergleichen mit meiner Top Ten Liste ist glaube ich nicht das uninteressanteste. Ja, das dazu. Dann gibt es noch eine unerfreuliche Nachricht und zwar gibt es neben diesem Video heute kein weiteres, leider, weil ich es einfach nicht geschafft habe. Ähm, denn die Pokémon Parts sind aufgrund der Ereignisse, die ja im Let's Play passiert sind, ein wenig aufwendiger geworden vom Schnitt her. Deswegen, ähm, ja, müsst ihr da auf jeden Fall bis morgen nochmal warten bis zum nächsten Part, ob ich dann den nächsten Part danach schon wieder raushauen kann. Ich weiß es, weiß es ehrlich gesagt nicht, ähm, weil wie gesagt aufwendig und so, ich muss viel trainieren. Jo, und dann gibt es noch eine, ähm, hoffentlich dafür zufriedenstellendere Antwort und zwar, ähm, werde ich versuchen, heute Abend, also tendenziell 20, 21, 22 Uhr, so in dem Dreh, ihr werdet es auf jeden Fall auf dem Kanal auch mitbekommen, ähm, würde ich ganz gerne streamen und zwar Pokémon, und zwar Pokémon Diamant. Möchte ich neu anfangen, beziehungsweise haben wir noch nie gemacht, aber ich habe einfach, ähm, ja, auch so ein bisschen gemerkt, dass die vierte Generation bei mir schon wieder so ein bisschen im Gedächtnis verloren gegangen ist und deswegen würde ich das ganz gerne mal auffrischen und eben, ja. Ja, ob wir dann eine Nuzlocke-Challenge draus machen oder nicht, ich würde sagen, das entscheiden wir dann eben im Chat, aber, äh, tendenziell würde ich fast sagen, nicht. Ähm, ja, muss man mal gucken. Hätte aber auch Bock auf eine Nuzlocke-Challenge, auf so eine schön klassische Nuzlocke-Challenge, nur das erste Pokémon fangen, was auf der Route ist oder so, ähm, und, äh, mit den Levelgrenzen und so weiter, das muss man ja dann vielleicht nicht so hardcore handhaben. Äh, ja, könnt ihr gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, ob ihr da eine Nuzlocke-Challenge haben wollt oder keine Nuzlocke-Challenge, mir soll's egal sein, ähm, hätte auf beides Bock. Und, ja, ich glaub, das war's mit den wichtigen Informationen erst einmal. Äh, ja. Auf jeden Fall bin ich, vielleicht hänge ich das einfach noch mit dran, ähm, nicht zu 100% zufrieden mit meinem Kanal, so wie er derzeit ist. Das liegt definitiv nicht an euch, Pokémon hat super viele Aufrufe und, äh, viele Kommentare und sowas und das macht mega Spaß und deswegen wird Pokémon auf jeden Fall auch bleiben, bis es zu Ende ist und danach wird's auch weitergehen mit neuen Projekten, keine Sorge. Ähm, aber mir fehlt eben ein, ein, ein zweites Projekt daneben, beziehungsweise ein zweites Video am Tag. Und das krieg ich irgendwie im Moment noch nicht so ganz geschissen. Leider. Ähm, liegt ein bisschen daran, dass ich gerade so ein bisschen so einen Motivations-Down habe, was jetzt keine bestimmten Ursachen hat, sondern ich bin einfach gerade so ein bisschen, bah, ausgepowert vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Ähm, ja, aber Sachen wie Phoenix Games und sowas, das soll alles zurückkommen und nach Möglichkeit auch mal regelmäßig dann erscheinen. Pokédex Battle bin ich schon die ganze Zeit bemüht, irgendwie mit Blocky mal was hinzubekommen, wobei bemüht da auch relativ ist. Es ist eben schwierig, gemeinsame Zeiten zu finden, aber diese ganzen coolen Formate, also die zumindest ich cool finde, Pokédex Battle kam ja auf jeden Fall bei euch auch sehr, sehr gut an. Phoenix Games kam jetzt nicht so oft, als dass ich da eine Tendenz rauslesen könnte, aber ich glaube, war jetzt auch nicht das beschissenste auf Erden. Ähm, diese Formate würde ich halt super, super gerne wiederbeleben und regelmäßig bringen. Aber, mal schauen, inwiefern das klingen wird. Guti, dann würde ich sagen, ähm, war's das für dieses Video? Vielen Dank fürs Zuhören und, äh, euch noch einen schönen Sonntag und vielleicht sieht man sich ja dann heute Abend im Streamer. Äh, Rino, bis dann, ciao, ciao. Liebt wohl. Ich hab euch lieb. Zumindest einige von euch. Manche auch nicht, weil sie böse Hater Kommentare schreiben. Und disliken. Und sagen, dass ich... Dass ich... Äh, bis dann, ciao. Bis dann, ciao. Bis dann, ciao.